Was Sie hinter mir sehen, ist ein großartiges Gerät von Ehrenfried Walter von Schönhaus aus der Zeit um 1690. Es ist ein Doppelbrenn-Linsen-Apparat. Das ist ein langes Wort, aber wir kennen die Grundidee aus unserer Kindheit. Mit einer Lupe kann man etwas verbrennen. Mit zwei Lupen der immensen Größe, der bis dahin unbekannten Größe, wie hier bei diesem Instrument, konnte man Fantastisches bewerkstelligen. Wenn man eine Probe auf dem Teller gehalten hat, konnte man sehen, wie man ein Loch durch eine Metallplatte bohren kann oder ein Zinnbarn zum Schmelzen bringen kann. Der Erbauer dieses Monsters hinter mir war ein sächsischer Adliger, Ehrenfried Walter von Schönhaus. Und man sprach von seinen Leistungen, von seinen Gerätschaften quer durch Europa. Und hier in Sachsen wurden die wesentlichen Schmelzexperimente, die schließlich zur Entdeckung des Porzellans geführt haben, mit seinen Brenngeräten durchgeführt. Der Erbauer des Plane Vielen Dank.